Ich hab's vergessen. Hm. Oh, Backe. Ach, haben wir ja schon. Oh, und hier unten war er auch noch nicht. Mal hier durch. What the fuck? Äh, nee, lass mal. Oh, lass mich doch in Ruhe. Nee, hier geh ich nicht mehr rein. Genau hier. Tatsächlich ist hier nichts. Okay. Aber viel Geld bekommt man hier. Aua, pass. Zieh dich doch. Au. Hm. Hat er nicht viel gebracht. Naja. Was soll's, ne? Äh, kurz hier auffüllen. Und dann würde ich auch sagen, tschüss. Ne? Dann mach ich doch schon wieder Schluss. Ich hab grad keinen Bock mehr, auch wenn wir sozusagen schon kurz davor vom Ende stehen. Aber naja. Äh. Was für ein Tempel. Nummer vier. Also, Dungeon. Ich krieg die Krise. Oh. Ach, mein Hals tut weh. Naja. Äh, ich würd's sag also tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye. Legend of Zelda Link's Awakening. Wir sehen uns dann wieder. Irgendwann mal. Oder so, ne? Ja. Gucken wir mal, ne? Sehen uns irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Nee. Bis da. Versteht er mich, ne? Jojo. Ciaoi, ciaoi. So, gemütlich hinsetzen und einfach mal wieder Link's Awakening aufnehmen. Ja. Jetzt bin ich endlich nicht mehr krank. Ja. Noch ein Grund zur Freude. Also, für mich, ne? Also, euch ist das bestimmt scheißegal. Also, ich geh jetzt mal wieder weiter. Ja, endlich geht's hier mal weiter. Und ich hab so lange nicht mehr gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles so war und so. Was haben wir denn alles hier so schönes? Oh, das ist die Karte. Äh, ja. Erstmal wieder umgewöhnen. Ah. Wir haben Stiefel. Und wir haben... Äh. Ahorn. Oder so. Naja. Nee, ich muss immer drauf achten, dass ich hier nicht aus Versehen aufmute. Warte, warte. Hab wir... Äh, Schlüssel? Steht ihr auch irgendwo, wie viele Schlüssel ich hab? Nö. Wieso sollte's? Oh. Ähm, okay. Dann, äh, brauchen wir jetzt mal das hier. Äh, ne? Nein. Falsch. So. Erstmal umgewöhnt. Äh. Okay. Und dann die... Ähm. Diese Stiefel. Bäm! Hm. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, wo ich noch alles hin muss oder wo ich schon überall war oder was weiß ich. Na, 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 na. Warte, was passiert eigentlich, wenn ich... Oh, schade. Schade. Äh. Ah, hier müsste ich, glaub ich, noch hin. Mit viel Anlauf könnte ich da drüber springen. Dann tun wir das mal hier hin. Nein! Nein! Okay, ähm. Nein! Nochmal. Ah! Okay, okay. Äh. 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 Du sollst doch springen, Link. Ja, ich springe eher immer in den Tod. Ja! Geschafft, ja. Sehr schön. Sehr schön. Okay, zieh hoch. Ähm. Ja, toll. Super. Habe ich auch verstanden. Oh, ach ja, genau. Äh. Ich muss ja noch das Schwert wieder ausrüsten. Oh, gib mir noch nicht mehr hier... Na, was sagst du? Schlage mit dem Schwert auf die verräterische Wandstelle und auf das Geräusch. Oh, ja, okay. Ähm. Keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. Ja, gib mir noch nicht mehr Herz. Ach, das gibt's doch wohl nicht. Höh. Hm. Oh, ich bin gleich tot, aber naja, was... Oh Gott, die schon wieder. Ähm. Irgendjemand hat mir gesagt, dass ich einen Bogen kaufen könnte, um die schneller zu besiegen. Wow! Da wollte ich gar nicht hin. Hm. Hm. Na toll. Und was jetzt? Oh, ich habe Götter auch bekommen. Super, ja. Ah. Okay, jetzt gehen wir den Bogen, ähm... kaufen. Also ja, also wir kaufen den, ne? Ja, ist gut, so. Ah, nicht ins Wasser fallen. Ne? So. Okay, äh, nee. Spetsch. Hier längst... Ah, wir können ja jetzt rennen. Rennen! Rennen-Modus aktiviert! Oh, oh. Normal. Wuhu! Wiii! Sehr cool. Sehr cool. Das macht sehr viel Spaß. Wirklich, sehr viel Spaß. Also, wo kommt man das? Das ganze Gras viel schneller weg. Das war Herzen bekommen wir an die Küche, ist ja klar. Hm. Nein, er war ein Herz! Ah, das ist das. Sehr schön. Jetzt machen wir aber erstmal wieder das Dritt hier, so. Möpendorf! Okay, jetzt gehen wir jetzt ein bisschen. Sterben! Sterben! Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich hätte eigentlich zahlen müssen. Jetzt zahle ich in meinem Leben. Genau, für ein paar Wochen. Jo, ist klar. So, und jetzt zahlen wir den hier. Also, den zahlen wir natürlich nicht, ist ja klar. Ach, fuck. Ja! Geschafft! Ich habe den Bogen! Okay, gucken wir mal. Yeah! Äh. Okay, so ein schlechter Bogen-Grafik-Dings habe ich ja noch nie gesehen. Da war das ja bei, äh, A Link to the Past ja noch viel besser. Gibt's ja nicht. Naja. Ähm. Äh. Ach ja, hier. So, jetzt haben wir den Bogen. Jetzt kommen wir bestimmt auch irgendwie weiter. Hoffe ich. Ach ja, nach unten. Herzen, alles aufgefüllt. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter. Komm, wir nehmen jetzt mal hier wieder die, die Schuhe. Ja. Au. Das macht Spaß zu rennen! Okay, jetzt können wir nicht mal rennen. Jetzt müssen wir nämlich springen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob man auch was Wasser rennen könnte. Aber, ähm, wir probieren's besser nicht aus. Wo wir doch gerade hier alles voll haben. Ja. Wo rülps. Entschuldigung. Ja, Level 3. Ich weiß. Weiter geht's. Aua. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, ich hab die doch getroffen. Geht doch. So, okay. Jetzt wird Bogen ausrüsten. Bogen. Aktiviert. Und Götterahorn schon wieder. Das ist ja einfach. Ja, und wo ist mein Schlüssel? Wie jetzt? Was ne Verarsche. Hey du, komm mal her. Komm mal her. Okay, das ist lustig. Entschuldigung. Ich bin gesund. Ich hab mich nur verschluckt an der, äh, Luft. Alles aufheben mit uns. Oh. So, wohin? Hier langs? Oh ne, hier war ich ja schon. Ähm, hier links? Probieren geht über studieren, nicht wahr? So langsam nervt der Ton. Nein. So. Okay, äh. Hier lang? Was? Äh? Hä? Moment. Wir haben die Karte ja noch gar nicht. Fällt mir gerade auf. Und hier ist die Tür offen. Wir haben die Karte noch gar nicht. Wir haben erst nur den Kompass. Wo gibt's denn sowas? Okay. Mal sehen. Oh, was ist denn das hier? Hm. Wo waren die denn nochmal? Ach, da oben bestimmt. Aua, lass mich in Ruhe. Ihr könnt mich nicht treffen, wenn ihr in der Luft seid. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, lass mich in Ruhe. Oh, richtig schade. Okay. Hallo. Oh, wie der gerinnst. Das ist ja fies. Au! Okay, und jetzt du. Nein, halt. Ich gebe mir auch nicht mal... Okay, jetzt müssen wir das irgendwie überleben. Oh Gott. Äh, ja, wie gesagt. Aha, geschafft. Wir haben den Schlüssel. Ein anderer Schlüssel. Hm. Nein, das gibt's doch nicht. Oh, ich hab die Macht. Du hast die Macht. Spürst du ihre Energie? Aha, ich bin tot. Na ja, ja, da fahren wir ab. Ich hab den Schlüssel jetzt. Ich weiß ja nicht genau, wo ich hin muss damit, aber egal. So, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.